hallo leute was geht es geht weiter hier mit assassin's creed 2 mit mir dem pirates wir sind jetzt hier vor der villa montenugri die auch heißt die villa monteregioni genau irgendwie so genau hier sind wir vor der villa wenn ich einfach villa wenn hier vor der villa sieht irgendwie naja also ein land ist was anderes aber gut also lieber für wegstecken also ich glaube ich sehr unhöflich wenn man wenn man hier mit dem schwert gezogen zum onkel geht na gut gehen wir mal zu unserem lieben onkel ja mittlerweile sequenz 3 sogar 30 jahrhundert wird der wort auch nicht schlecht okay kasa dolce kasa oder dolci keine ahnung zusammen mit mario die villa auditora konnten erzähl mir alles sie haben vater wegen verrat es gehängt federico und petruchio auch dann wollten sie mich weißt du warum ich habe keine antwort onkel nur eine liste mit namen von einem mann der meinen tod wollte ich kann einfach nicht glauben dass sie tot sind keine sorge wir geben ihren toten einen sinn hätte ich nur auch so viel zuversicht komm schon halt schritt wir sind fast da ich glaube vieles in monteregioni wird dir gefallen ich dachte monteregioni wäre ein feind von florenz jetzt nächstes jahr wieder freunde das jahr danach wieder feinde und so weiter ich komme nicht mehr mit also versuche ich es gar nicht das sind ehrliche hart arbeitende leute in den läden gibt es vielleicht nur einfache dinge aber dafür gut gemacht und verlässlich hier ist auch eine kapelle der priester scheint sehr nett zu sein aber ich war noch nie ein mann des glaubens wusstest du dass die villa auditore fast 200 jahre alt ist sie wurde von meinem urgroßvater erbaut ein seltsamer mann mit vielerlei geheimnis halte deine augen offen vielleicht entdeckst du ein paar davon wegen der ständigen kämpfe fehlt dem ort leider ein wenig der letzte schliff ich wünschte ich könnte etwas tun aber ich habe einfach weder zeit noch geld um es reparieren zu lassen so ist wohl das leben hier sind wir kasa deutsche kasa und was meinst du sehr beeindruckend onkel sie hat wohl bessere tage gesehen glaub mir ich würde sie erstrahlen lassen wenn ich nur die zeit hätte da ich dir nun alles gezeigt habe mein neffe solltest du gehen und dich einkleid meine leute auf dem markt erwarten dich komm wieder wenn du so weit bist dann fangen wir an anfangen womit denn ich dachte du kämpfst um zu lernen nein onkel ich kam um aus florenz zu flüchten und ich will meine familie noch weiter weg bringen und dein vater er wollte sicher dass du sein werk beendet welches werk mein vater war bank hier hat nichts erzählt ich habe keine ahnung wovon ihr sprecht was hast du dir gedacht so war wo soll ich denn anfangen gehe und hol dir das zeug vom markt dann habe ich zeit zum denken aber kein aber wir sprechen später weiter etwas taschengeld falls du es brauchst und wenn du dich mal erholen willst habe ich dir ein zimmer in der obersten etage der villa eingerichtet aha danke ja okay also irgendwie eine wahrheit was ist hier los na gut also irgendwie dieses jahr ausgestorbene geisterstadt aber gut da will ich auch so eine geisterstadt aber ich habe irgendwie gehalten in der villa wunderschön und naja gut na gut so kann man sich täuschen er ist ein überblick verschaffen naja also es ist in ordnung ich werde hier wenigstens abgeschlachtet sind hier noch mehr aus oder einzige das ist ja wien ist es gibt zwei jahre Hi, mein guter, na? Nein, ich wollte eigentlich kaufen. Soll ich, okay. Hä? Nein. Ah. Rüstung? Schickt mir eure Freunde. Uh, nett. Hat er noch irgendwas für mich? Naja, ich, ich kann ja nicht alles auf Lager haben. Was du aber? Komm, Freunde, ich habe... Medizin, wieso? Ich habe auch Medizin, aber nicht. Ich bin hier, solltet ihr doch meine Hilfe brauchen. Äh, ich habe Medizin. Dann ein andermal. Jo. Ah, jetzt geht's. Nein, sie sagt, ich dachte schon, dass das jetzt ein Bug geht, weil ich Medizin schon gekauft habe. Medizinbeutel erhalten, okay. Ich habe einen erhöhten, der Dolch erhalten, na, warte mal. Ich habe mit die beste Ausrüstung in Gang. Ich habe ein Elixier... Näh, 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 näh. Ja. Ja, es gibt noch mehr, noch mehr Energie. Äh, noch mehr, äh, Brustschutz hier. Hm, das solltest du tun. Und kommt bald wieder. Näh, ja. Weil warum nicht, ne? Wohl dann ist die wahrscheinlich die Sterbeberinger. Dann ein anderes Mal. Jo. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Sehr schön. Nice. Dann reden wir mal mit unserem Onkel. Onkel Mario. Ich wollte gerade Onkel Vario sagen. Onkel Vario. Oh, was ist denn? Was ist das? Was ist das? Es leuchtet. Es leuchtet und es befunkelt. Da muss ich mal angucken. Wenn ich hier schon kann. Ja. Was ist denn hier? Äh, äh, was ist denn das? Ich habe mal krügel gemacht. Irgendwie war das, was irgendwie das Bild oder beim, alles halbe, was zu bedeuten. Oder, damit irgendwie hier hin. Das ist hier noch sehr, nee. Hm, hier, oh, hier lässt du auch was fragt. Ah, Mist. Man dein Einkommen. Ach so, man ist ja noch ein eigenes Einkommen nachher, oder wie? Hey, nice. Ja, nice. Ja, nice. Kriege ich das? Muss ich immer hier hinlaufen, oder kriege ich das irgendwie? Irgendwie zugesteckt, das Geld. Dann sehe ich dann hier. Keine Sorge. Sprechen. Hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, bis wir nach Hause können, das wird noch sehr lange dauern. Hallo, Onkel. Ich tat, was ihr sagtet. Und auch schnell. Ben Fato. Und jetzt bringe ich dir bei, wie man kämpft. Nein. Wie schon gesagt. Wir ziehen weiter. Ezio. Du hast es kaum gegen Vieri geschafft. Auf der Straße wirst du keine Woche überleben. Wenn du gehen willst, na gut. Aber dann wenigstens mit der Fähigkeit und dem Wissen gewappnet, dich zu verteidigen. Wenn nicht für mich. Für deine Mutter und Schwester. Fein. Sehr gut. Übung macht den Meister. Von Mario lernen, wie man kämpft. Ein Schwert kannst du schwingen, sicher. Doch Angriff allein gewinnt keinen Kampf. Du musst überleben, um zuzuschlagen. Ich bringe dir bei, wie man ausweicht. Ihr sagtet, mein Vater war mehr als ein Bankier? Bringt wohl nichts, mich zu winnen, oder? Dein Vater war ein Assassinen. Ich sagte doch bereits, mein Vater war ein Pfeffersack. Nein, er wurde zu töten, geboren und erzutzt. Das kann ich nur schwer glauben. Ben, ich habe dir gezeigt, wie man einen Angriff vermeidet. Jetzt zeige ich, wie du das in einen Vorteil verwandelst. All das über Assassinen und Templern, das riecht nach Fantasie. Wie etwas von einem alten Pergament, das mit Obscure Schöpfer gedächt ist. Woher wusstet ihr es? Du hast deines Vaters Klinge, also dachte ich mir, dass du auch seine Codex-Seite haben wirst. Worauf wartet ihr? Hey und Duell. Beeilung. Ich habe noch ein Rendezvous. Aber die kennen wir doch eigentlich, die Fähigkeiten. Hä? Was soll ich jetzt erst machen? Okay. Das ist ein guter Fortschritte, Elzio. Heute zeige ich dir, wo du dich im Kampf am besten positionierst. Wo du stehst und wie du dich bewegst, kann den Unterschied machen. Okay. Ich sehe sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Ja, mein Vater war ein Assassine. Aber weshalb diese heimlich Tuerei? Kennst du den Templer Augen? Einer von vielen Ritter Augen, die während der Kreuzzüge entstanden. Die Krönigen sagen, dass er vor fast 200 Jahren in Frankreich ausgelöst wurde. Aber das stimmt nicht. Nur den Untergrund gedrängt, von wo er sein ruchloses Werk fortsetzte. Welches Werk? Die Templer wollen die Menschheit unterwerfen. Und wir, die Assassinen, haben geschworen, sie zu bekämpfen. War Huberto einer von ihnen? Das ist ein Kampf. Kommt und holt mich. Make cosa as peti? Ja. Also, ob ich Dinge Stufen kann ich schon mal, aber... Hä? Was soll ich denn machen? Kann ich den Schatzbücher so nie wieder im Leben. Und wie geht das jetzt? Ja, Avanti. Avanti, Avanti. das einzige was ich kann oder questi momenti der war ja auch immer genau ja ich hatte ich hatte tutorials die scheiße sind was weiß ich wie es geht ist doch scheiß egal als ob ich das können muss irgendwann ist noch welche fähigkeiten die du kannst schreiben braucht wenn ein fall ausgeschaltet aufgeschaltet aufgeschaltet ist kopfsymbol und ding festhalten werden sie sich entfernen ja 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 aber was ist denn das ist eine scheiße ich hatte tutorials beschissen der spiel aneinander bin ich ungeduldig mag keine torte hast du das auch wenn ich spiel als erklärt ich kann sagen die kann ich weiß nicht warum finde ich nicht schrecklich meisten spielen dass wir meisten spielen mache egal wie gut sie sind ich weiß es nicht weiß ich weiß nicht warum ich weiß nicht wie das geht und ich will weiterspielen mensch das weiß ich wieder scheiß geht durch durchgeführte fluchten wie flüchtet man denn ja kopfsymbol dann ich hatte das gott fest ich habe die ganze zeit gegner wie sie ich guck mal kurz auf youtube an ich weiß ich weiß ich wieder besser wenn es aussehen soll also ich muss irgendwie sprinten habe keine ahnung wie es geht irgendwie sprintet man weiß nicht wie es aussieht ich bin doch nur einer war so warte mal normalerweise benutzt man die um sie geht oh ich hasse diese tor habe ich schon mal jetzt gibt es auch nicht wie geht denn das ich weiß nicht es geht auch hier weil den scheiß brauche ich nicht das weiß ich eine behinderte fähigkeit die man nicht braucht leute ich hasse das geht das fickt dich weißt du ja stirbt jetzt in die eier sehen sie entlasten ist der eier tritt ist das beruhigt mich die seele als maul dann hau ich dir eine fette fette fresse ein die zu so hässlich aus danke und menschen beleidigen wo jetzt kommt okay fiktig 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 gesagt mensch jetzt ich war eigentlich jetzt lass mich doch los jetzt die hinterher sich los das reger zu machen aber bis ins brigadier nicht gut ich habe keine ahnung das heißt ich jetzt gehen wir wissen was es heißt so gut aus wie das keinem fliehen intentionen das ist auch mal als intention und intention gut ich möchte ich muss mal wissen was heißt es muss uns ärgern und jetzt weg rennen wieso keine ich hau einfach ab das ist auf jeden fall eine spannende folge heute werden sie sich von sich nennen ich meine waffen das ist eine fähigkeit die man braucht wir werden wir nicht gemacht die fall ich habe keine ahnung ich mache ich habe irgendwie das raus mit rechter maustaste werden die weiter war da ist aber kein lernen das ist irgendwie drückwende mehrere tasten damit es jetzt klappt wow ist immer tolle tolle tutorial ich verstehe das ja nicht mal was ich habe es einfach random alle tasten oh ja komm her onkel ich hau dir um die fresse komm her komm her onkel ich hau dir in die fresse komm her weißt du du das scheiß tutorial du arsch ich hasse das tutorial es war scheiße also hier standen onkel na onkel endlich kann ich meinen onkel zusammenschlagen ey da hab ich die ganze jahre gewahrt so tschüss gut so neffe du hast dich wirklich gemacht danke für alles was ihr mir gab du bist familie es ist meine pflicht und mein wille ich bin froh geblieben zu sein gut du hast dich gegen abreise entschieden wir segeln nach spanien in drei tagen aber neffe ich lehrte dich diese dinge damit du besser vorbereitet gegen unsere feinde kämpfen kannst wenn sie mich finden werde ich bereit sein du willst gehen etsyu alles wegwerfen wofür dein vater kämpfte und starb dein erbe leugnen fein wie du willst aber wieder schieb oder fortuna onkel wartet warum ist er so wütend wie sollte er nicht die eri belästigt und seit ihr hier angekommen seid wohl zu erwarten denke ich bei seiner herkunft ja dein problem du arsch wenn du ein scheiß tutorial gibst du pisser so sachen packen es geht aus spanien fünf minuten ne ich kann ich bin dazu ungeduldig für leute ich bin ich weiß ich weiß wenn man geduldiger ist vielleicht ich kann es nicht ab besonders wenn es dann so sachen sind die ich kann ich weiß tutorials oder diese 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 trainingseinheiten sind mal dann gedacht wenn man es nicht kann aber erstens macht man es dann früher was dann eine geschichte dafür ist es geht dafür leute die es nicht können es kann ja auch nicht jeder ein spiel gleich gut wenn manche steigen auch neu in der reihe ein wie auch ich ne ich kann ja auch nicht alle spielen alle rein kann ich auch nicht irgendwie man neue reihe einsteiger freut mich auch wenn das spiel mir ein bisschen was erklärt ich bin da sehr ungeduldig trotzdem obwohl das nicht dumm ist obwohl es eigentlich blöd ist weil ich jetzt selber auch ein nutzer ich weiß es ist immer eine schwäche bei einem da bin ich so unfassbar ungeduldig ach ja beleidige ich ein bisschen dann gibt es wieder gut oh mensch mein onkel ist weg wo sind denn alle sie sind nach san jimignano um diese schlange zu töten was ich will dabei sein bei den stellen findet ihr was ihr braucht wie könne mein onkel so schnell sein wo kommt denn der her aus speedhausen oder wie übermacht den meister jahren ich meine ganz ähnlich ich benutze das doch nicht ich weiß nicht wie ich es gemacht habe ich habe keine ahnung fragt bin ich ich habe irgendwie wer das auch nicht kann oder wer es auch nicht verstanden hat ich habe auch nicht verstanden ich habe irgendwie eine random also ich habe eine mischung irgendwie als rechtertaste aus lehrtaste aus e gemacht also ich ja provozieren und also machen wir irgendwelche scheiße rennen auch ein oh ja hier brauchen wir das wissen wir gerade was wo denn es gibt auch tutorials da ist halt vollkommen in ordnung die sind jetzt ich hasse nicht alle tutorials aber wenn das dann so sachen sind wie hier kletter über den zaun wo ich dann denke so junge ich weiß dass ich die tür öffnen muss um die zu öffnen mir ist bewusst eine tür funktioniert dann das das kann ich nicht ab wo sind die hier oder wie ich bin da da das finde ich dann total beruf wenn das so richtige tutorials sind wo er wird die fähigkeiten erklärt werden ist ja vollkommen viel aber wenn ich dann drüber oder drücke die zoomtaste um zu suchen welche taste ist die zoomtaste ich meine ich sehe sich das spiel und an der hit beim blood money war das und ich suche die zoomtaste wenn du mir schon was erklärt erklärst mir richtig das ist schrecklich also ich kann die meisten tutorials im leben nicht ab keine ahnung warum ich weiß nicht ob ich da bin ich da der einzige schreibt doch mal in die kommentare wie ihr tutorial diese trainingseinheiten von computerspielen finden das würde mich mal sau interessieren die meinung schreibt es mir doch mal bitte in die kommentare also ich bin da ja also ich bin da ein bisschen ich weiß nicht warum aber ich kann es nicht ab vielleicht so ungeduldig ich bringe sie immer noch nicht zum reden sie verbringt tag und nacht vor den federn die petruchio sammelte sie kann nicht loslassen ich weiß nicht was ich tun soll keine sorge sie wird wieder zu uns kommen ich weiß dass er wieder reden ach ja stimmt das ja auch schweine nicht hin finden dass ich noch mehr tutorials nein wenn ich den finden dann bringe ich um ich hoffe ich kann ich war hier kein tutorial mehr danke hat mir gereicht training training am arsch ich bin learning bei du jünger was die amerikaner meine sonstigen kunden sind auch viel vornehmer jetzt ein paar auf die fresse oder was das sind die probleme es braucht schnauze gibt es kostenlos heute bin gerade guter laune sind gerade sowieso etwas ich bin gerade etwas gereinigt ich bin gerade etwas gereinigt die als so kommt die Dölkstin nicht vielleicht nicht gut anmachen heim schmied Stiefel bau ich auch bei der auch ganz Arschloch na gut egal gehen wir mal einen onkel nach wie kann doch nicht so schnell sein weil das ja hochmotiviert das dach bestimmt ja wenn ich aufpasst wird sogar vom leoparden ja genau ich habe ja gesagt er wird ihr eine folge komplett gemacht mit dingen aber es mache ich nicht mehr die truen folge und die jetzt auch nicht soll also einfach aus dem grunde nicht weil wir eine truen gesammelt und gesammelt haben er wieder jetzt mal die truen sehen euch mal gibt es noch ein bisschen truen sammeln so es kann immer sein oder mit Quatsch und dann haben wir noch ein paar Fünftige und ich kann es ja kann die Schatzkarten ja kaufen so ist ja nicht so nicht so nicht teuer aber ich nehme ich nehme ich nehme ein eigentlich und das ist gerade oder so genau welchen und wo dann finden vor aber irgendwie lohn tut es ja schon aber irgendwie macht es auch keinen sinn wenn ich dann die ganzen feiern so blöd sammeln kann oder vielleicht kriegt man da ja auch noch mal was ich hoffe ah gott wo ist unser onkel hin onkelchen mario in die stone von toskana san gimme gimme nano keine ahnung toskana ja ich glaube ich kann auch ich keine ahnung ich kann die dinge aussprechen und nicht alles zumindest ich weiß ich spreche italienisch aus wie scheiße aber ich kann ihn noch nicht aussprechen